Hallo Leute, kennt ihr diese Map? Hallo Los geht's zu allen Start-Positions Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm Brrrrrrrrrrrrrrrrm Brrrrrrrrrrrrm Brrrrrrrrrrm Brrrrrrrrrrrrm Okay, HIDE! 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 Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrm Jetzt müssen wir schreien Ich hab einen auf der Map Da ist ne Decoy RENNT ALLE ZU DEM HIN Ninhas Holger, Linkst. Bl 근?」 Ich war hier nicht mehr richtig. RIP! Ja, lose! Guck mal! Alter, wir müssen uns bei den Geiseln verstecken. Auf jeden Fall, ey. Und wir müssen immer zu zweit, glaube ich, in so Räume. Cool. Ja, diese Map, ey. Ja, das war krank. Oh, I got a nice block. Im Block kann man hier nichts machen. So, wie geht das jetzt? Hier haben die die Geise raus. Wer ist denn hier wer? Oh, ich bin mit den Randoms. Da hinten sind sie alle! Okay, ab in den Wald! Ausschwärmen! Wir wissen, wo sie sind. Ich falle hinter sie? Ich weiß hier, wo eine Geise ist. Ah! Sie sind hinter mir! Noch mal ne Frage, wenn die aber irgendwo sind, sind sie dort alle, oder wie? Ja, ja. Glaub schon. Ja, ja. Haha, der hat mich nicht gesehen! Wow, der ist in der Scheune! In der Scheune! Bei der Geisel! Der ist raus! Der ist raus! Der ist raus! Ja, ich kann nicht! Nein! Noch einer hinten bei der Scheune! Rechts! 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 Nichts! Grün! Yes! Nice! Oh! Dies Map ist crazy! Oh scheiße! Auf jeden Fall 4-4 kaufen auf der Map, ey! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall ganz viele Smoke-Granaten überall hin werden! Da wird sich schön in... Da rein kennen! Ja, du kannst richtig gut... ...distract mit so einer Decoy! Ah, aber nur auf... ...City-Seite! Oh Gott! Heulenbein! Heulenbein! Ja, ja! Da stand ich ja eben drin! Ab in den... in den Sumpf hier, ey! Ich setz mich in den Sumpf! Alter, diese... Na ja, das ist die falsche Seite! Und dann das Fenster! Wenn wir die gescoutet haben, ist das, glaub ich, einfach! Die sind links hinten! Ich dachte, wenn die bei euch sind, dann kann ich da pushen! Hier war wohl nicht so! Vielleicht spawnen die auch einzeln! Ah! Das ist total die 0815 Deathmatch Map, ohne Scheiß! Ey, du musst dich halt hier so krass verstecken! Was? Wo ist der? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Die sehen einen nicht! Es ist so geil! Du musst dich einfach irgendwo hinsetzen in so'n Busch! In die Busch! Geil! Auf jeden Fall noch eine Decoy mit! Die ist ja so assig! Schnell! Heid! 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 Ich bin wieder hier! Boah, ich bin richtig weit weg, ey! Scheiße! Wir sind. Überrasch! Willst du ein Geisel in die Zone? Irgendwo da, wo ich down gegangen bin, waren zwei! Links, wieder! Ich hab ernsthaft die Geisel mit Chess-Tekoi angeschmissen und so alles. Ich weiß, ich bin das falsch gestorben. Oh! Oh Gott! 420 Minus! Hier bei mir ist einer Geld, ich bin gehalten. Wo? Drinnen schon? Da, ich seh ihn. Alter, dieses Ding hier! Alter, was machen die denn? Oben im Haus ist der andere, einer mit der Hostage. Nice. Der letzte ist auch da, glaub ich, mit der Hostage. Der ist schon raus, irgendwie. Der ist raus? Wer ist denn orange? Der ist ja random, ne? Der sagt halt nix. Was? Es ist so fies, diese Map. Was denn? Die Koi kaufen. Die Koi kaufen. Kann ich einen Drop-AK, bitte? Yes! Oh no! Boah! Ey, da darf man nicht! Also ich nehm jetzt immer ne Nade und werf die voll mit Hass in den Wald. Ja, ja, einfach irgendwas. In den Wald werfen, damit die sind verunsichert sind. Macht der Blaue denn da? Ey, da oben. Ich bin der Blaue! Ich steh hier immer hinter nem Stein. Oh nein. Da kommen da welche vom Rechtshochner. Die teilen sich immer auf. Die spawnen in allen möglichen Richtungen. Die Web ist so dumm. Ich setze mich nächste Runde in das Haus. Mann! Der Klo, der Klo! Wo denn? Da rechts, links. Da rechts, links. Ich wusste nicht, wohin du bist. Rechts, links, vorne, hinten. Ja, ich wollt nur wissen, ob der weiter oben oder weiter unten ist. Das ist Info! Too late! Ich hatte halt keine Zeit. So ne Scheiße. Zwei Runden schon verloren auf der Map, ey. Das können wir vergessen. Ich hatte echt gar nichts eigener, halt. Doch, nur die Geiseln. Ja, einfach in den Wald setzen. Ganz an den Rand der Map. Die müssen ja langlaufen irgendwo. Irgendwo auf so'n Aussichtspunkt. Einer ist schon weiter rechts. Am Stein, wo der Fabi eben saß, war einer. Da seh ich nicht. Ich bin zu weit weg. Mann! Vor allem werd ich überall abgehäben. Das ist halt so komisch. Oh Gott, oh Gott. Der Gelbe. Ne, das ist gar nicht der Gelbe. Das ist ja orange. Alter, was macht ihr denn? Ich versteh die Map einfach nicht. Ihr müsst an den Rand der Map. Dann könnt ihr hier von außen auf die Häuser gucken. Dann sieht man doch alles. Ja, aber die kommen immer da, wo ich hin... Wenn ich da jetzt an den Rand stehe, dann kommt da immer einer hinter mir irgendwo gelaufen. Hä? Wenn du ganz am Rand der Map bist, dann kann keiner hinter dir kommen. Du bist doch gar nicht jetzt am Rand der Map. Die können jetzt hinter dir kommen. Ja, da ist keiner. Da hab ich ja geguckt. Ja. Ja, da hab ich nicht gesehen. Aufs Radar. Ich kann nicht immer aufs Radar. Also wenn ich das mal gerafft hab irgendwie, dann ist das vielleicht ganz gut. Äh, ist rass. Okay. Kannst du hier... Kannst du am Anfang, wenn du nicht weißt, dann geh halt zum See. Da gibt's auch schöne Verstecke. Wo du überall schon warst. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Oh. 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 Wer bist denn du? Ja, grün! Du stehst immer noch an der Geisel. Du bist falsch. Ja. Ja. Oh. Oh. Sehr gut, grün. Standst genau richtig. Glaub ich auch. Zwei bei... Äh, noch einer bei Lula. Ja, ziemlich genau da, wo du hinguckst irgendwo. Grün. Äh. Links war der weiter. Ich flashe. Klinge sehr gut. Ich glaub ich wär nicht geflatet, aber ich stehe. Muss das dann noch sein? Ach ne, der hat ihn vielleicht auch schon getötet. Nice. Die haben einen Hyping da. Oh, diese Map! Ja, die sind dann Penny das. Ja, anders haben wir den Gegner. Keiner von denen hat ne scheiße Medaille. Ja. Ist gut. Ja. Guys, I tell you, we clear them all! Frittes wollte ich wieder mitten auf dem Feld, genau. Ah, nochmal zum Stein. Ich weiß nicht. Oh, da rechts am Stein kommt einer. Hab ihn. Der Stein, der ist beliebt, ey. Ich sag's euch. Boah, hinten beim Boot, da war ich noch gar nicht. Grün und ich sind King of the Hill. Vor allem siehst du halt nix wegen dem scheiß Nebel, wenn du weiter weg bist. Ja, das wär... Wär sonst komplett OP für AWP's. Irgendwo links ne Autosniper. Let's, 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 let's. Du retard in 40's, sorry. Just hide. Wait. Oh, ey, diese Vögel, die machen Schatten. Oh, ey, die lau, lau. Lau, 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 lau. Äh, er f***t mich so krass. Ey, von wo? Och, Mann. Was ist der denn? Scheiße. War der nah oder... Ja, der weiß ja schon drin. No info. Wo ist er? Fuck! Don't hit him. Ah, ich mach' ich guck' Ich brauch' die 4-4 oder irgendeine Sniper auf der Map. Gleich nicht, aber mit der Scout brauch' ich gar nicht erst anfangen. Kannst du ja vergessen. Wer hat denn nur was Gutes? Graf Thals, bei dem bleib' ich. Los, zum Stein! Links! Stefan kommt nicht mit. Hattet er ne Waffe? Der ist ne 4-90. Wo ist das? Da, vor dem Bootshaus. Schnell die Nate wegschmeißen. Ich sitz' hier einfach in so nem Busch. Siehst du mich, Stefan? Du bist zu weit weg, ne? Ich hab' Team Equipped an. Was? Team Equipped hab' ich an. Also, ja, ich seh' dich. Ja, ich wollt' nur wissen, ob man mich gut sieht. Nee, ich hab' dich gut gesehen. So, für die Gegner, ob die mich hier vor dem Haus gut sehen. Wer ist da irgendwo, ne? Der ist da links. Irgendwom Wald. Hier ist zu weit weg. Ah, drei unten. Ist das so ne Krasse TV, oder? Ja, wenn man die richtig spielt. Ich weiß nicht. Wenn man sich nur in den Auschwitzscheu sagt. We will my camera grab your face. I have no idea. Weiß ich nicht. Du darfst halt am kleinen Fenster stehen, weil du sonst von außen irgendwo wegholst. Ja, sehr, sehr merkwürdig die ersten paar Runden. Ist halt... Ich glaub, man muss sich sehr bald hier einfach verstecken und dann... Oh! 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 Left, bei grün, bei grün. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo hinpush, kommen von der Seite alle. Und manchmal teilen die sich auf. Das ist total relevant, glaub' ich. Oh! Geil! Der... 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 Lila wird einfach von irgendwo abgeschossen. Durch die Wand. Hat ihm vielleicht die Waffe durch die... Grenade out! Oh! Stefan ist schon ein netter Typ. Geht echt schon durch das Tor raus. Oh! Oh! Und auf die Entfernung nimmt der die... Tag 9! Ach, du Scheiße! Oh, Echo. Oh! Mach family, two. Ange. Oh! NE sini? Dich? Malda! Ap handing... Autopation, Leine Superstars. Ach,aide. Keine. Those are lecks. Serrum von der Tür werden mal schön... Tötest du durch die Fenster? Jetzt machst du lieber auf. Da! Der hat Wallhack! Wallhack! Wer? Ja, weiß nicht. Ich werde hier abgeschossen. Von da, durch die Wand. Guck mal. Ja. Die sind schon vorm Haus. Ja, RIP. Was ist denn das? Hä? Von wo? Drinnen irgendwie. Wie kann der denn drin sein? Der ist durchs Fenster gehoppt. In Einbrecher. Vielleicht fängt der auch absolut nicht mal auf die Leiter drauf. Das war keine gute Idee, da rauszugehen. Ah, du warst halt fähig. Nein, es lag nur an der Idee. Ich meine, ich sehe da auch nie einen, bevor ich da oben bin. Aber wieso hat der mich durch die Wand abgeschossen? War das jetzt Glück? Das kann ja kein Glück gewesen sein, oder? No idea. Ich... Hat er dich getroffen? Ja. Ja, ja. Der zweimal... Zweimal... Einmal ganz knapp vorbei. Rechts, rechts, rechts. Michael, rechts. Einmal getroffen. Too late. One move. Wait back, wait back. Yes, I play for one minute search. Ja, lauf links, lauf links, lauf doch, der sieht dich da noch gar nicht. Lauf doch einfach mit dem großen Bogen. Nicht bewegen, nicht bewegen. Go, 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 go. Rechts. Ach du Scheiße. Warum bleibst du da sitzen? Checking. Du hättest einfach rumlaufen können. Ja, das war ein dummer Call. Und dann blablabla, blablabla, blablabla. Scheiß Russenkopf, ey. Mein Gott, ey. Mach mal die Luft an, ey. Oh, die Luft. Wo bin ich? Ich geh wieder irgendwo hin. Oh, ich geh mal Richtung Hostage-Zone einfach. Da ist einer rechts, bei der Hostage-Zone ganz rechts außen. Kommt jetzt den Weg lang. Ich seh ihn, ich hab ihn. Ausgeschaltet. Das ist so schön, wenn man die sieht und die nicht. Oh, really? Da ist einer direkt am Fenster oben. Oben am Fenster. Nein! Einer hinten am Weg an der Hostage-Zone. Am rechten Fenster? Bei grün. Hostage-Zone am Weg. Rechts war einer. Oh, von oben. Oh Gott. Den hab ich angesagt. Ja, toll. Ja, du hattest den. Also ich find, hier sieht man sehr gut durch dieses Fenster. Das hätt uns auch nicht größer machen können. Der ist an der Hostage-Zone. An der andern. Der ist an der Hostage-Zone. Alter, auf der Mac. Die grüne, fette Sohne. Alles klar. Man! Man! Da war er doch. Du hast ihn doch gehört. Wo? Befreit die heiße Hostage. Die andere, aber mit der hab ich nicht gut getrunken. Open the window. Mach das Fenster auf. Das geht nicht. Doch. Achso, man kann das aufmachen. Links, links, links! Oh mein Gott! Behind. Yes. Oh nein. Ich helfe mir selbst weg. Das glaub ich. Mach das Fenster auf. Dann probier ich das anzuschieben. Der kann nicht schießen, ey. Aim doch einfach mal! Boah! Ey, ohne Witz. Woher soll ich wissen, dass man Fenster aufheben kann? Das haben wir zehnmal gesagt. Mach das Fenster auf! Mach das Fenster auf! Mach das Fenster auf! Mach das Fenster auf! Mach doch das Fenster auf! Oh mein Gott, die Mäb... Wie bin's denn? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wenn du die Taschen für ihn gehst... Nein. Oh Gott, ich laufe in die falsche Richtung! Nein! Du musst an den Rand der Karte! Okay, wir erobern die jetzt. Oh ja, wir erobern die. Da rechts! Da links! Auf dem Hügel! Scheiße! Ich hab ihn verfehlt. Alter, ich treff nicht. Gut, gut, gut. Ja, ich auch nicht. Aber der hat nichts in Kraft. Ja, wir auch nicht. Links am Steg! Da! Als nächster ist... Da! Erstmal vorpushen. Erstmal vorpushen. Alter, der kippt mir direkt einen Hit! Links am Steg! Wo ist denn der Link am Steg? Ja, okay, weiter. Da! Oh, da kommt er! Kommt er! Yes! Einste Bills! Einste Bills! Alter, jetzt komm ich hier nicht durch! Ja, das ist ein bisschen blöd. Direkt vor mir irgendwo! Irgendwo ist... Ja, beim Steg wieder, Stefan! Oh! Oh, Mann! Was steht denn da einer? Da! Da liegt er! Oh, yes! Yes! Boah, Micha! Okay, und ein Dreikreike! Alter, wie das Spiel brauche ich lupen, Alter. Ihr nix, ich, ihr nix kapiert, ich seh ich. Deshalb die Zoom-Waffen, ey. Auf jeden Fall. Mit AK, ich guck die ganze Zeit, ich seh nix. Ich guck, guck, guck. Oh, der Grill auch ziemlich neu ist. Die Map ist halt als Idee viel koordinierter bestimmt, wie als... Nee, da startest du ja alleine wahrscheinlich. Ja, das ist doch egal. Kriegst du am Stein einer? Ich hör jeder, jeder scheiß Call in diesem, in diesem scheiß Game ist am Stein. Nee, der, der große ist das, der Stein ist dieser fette Stein da. Am Stein, am Stein. Die, äh... Am Geiselhaus ist einer. Welches? An dem normalen. Haus. Haus und Scheune, ja. Oh, der ist schon drin und liegt. Von Water. Von Water. Wie kann der denn schon drin sein? Hier wird nichts gedeckt. Das kann sein. Die können sich doch ausrufen, wo du's bauen, ne? Echt? Ja. Oh, behind the house. Am Bootshaus, am Bootshaus. Rechts. Ah, ist tot. Ort. L постоянно. Ein ни oder andere Hello. Einen ist schlechter als der andere. Add the Van. Ja da, das war der. Da im Van. Da im Van. Links weiter links, weil er. Warte doch, der muss den Alarm. Ah, easy. Hey, jetzt hab ich mal einen gesehen! Damit der Geisel auf den Schutter ist ja nicht schwer. Ah kacke, zu wenig Geld. Aber letzte Runde. Willst du ne Auto-Snipe? 4-4. Oder Auto-Snipe. Stefan, Stefan, nimm mal die Arbeit, Stefan. Ich wollte doch mal mit der Schott kann spielen. Was hab ich denn jetzt? Muss man hier ne Waffe einsammeln! Mann! Die hab ich geploggt! No, I have no weapon! Okay, but I have these nades. Schmeiß mal nades. Mann! Diese Scheune! Mann! Dieses Scheune! Dieses Scheune! Dieses Timing, ey! Stefan spielt ein sehr unkontrolliertes Spiel. Stefan spielt ein sehr unkontrolliertes Spiel. Der ist schon weg, ne? Achso! Er sagt das doch! Quatsch! Er sieht ihn halt. Kann man hier grafisch Details runterspielen oder? Also... Im Casual ausprobieren. Das ist so lächerlich, ey. Stefan, der spielt aber auch immer noch in der Scheune. Das ist kein gut. Ich habe... Bis dahin habe ich die ganze Zeit geguckt. Ja, geguckt. Guck. Ja, in der Scheune. Kann ich halt zu allen Seiten kommen, okay? Ja, er gibt mir halt direkt... Da! Ich stelle mich auf B! Ich geb... Oh, fuck! Von wo greifen wir an? Aufs Auto... Aufs Boot. Dann kommt man am Stein an. Ja? Don't go there, Davi guys! Don't go there! Wo sind wir? Gehen zum Stein. Wir gehen zum Ausdruck, immer ausdruck. Okay. Jetzt zur Scheune. Verrücken! Go, 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 go! Klar. Oh, links um die Ecke! Push! Please! Ja, alle! Also von der anderen Seite auch. Oh! Ding. Mann! Da ist was einer! Ja, oben! Woher soll ich mich liegen zwischenmden da oben an der Despteckwand? Ohh, das ist so lost! Over you, over you! Direkt Segan, Direkt Segan, Direkt Segan! yüksell Sally! 밟ENTEக, kển Corinna... Green. Woah. Oh, er wird geneifet gleich. Löl. One more. And then one more. Time, time. One more. Alter, oh, schieße nicht! Komm, bitte das Geld wenigstens. Du verlierst doch eh. Ja. Run! Run! Okay, er geht auch den Weg. Oh, schieße. Nein! 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 Warum geht der nicht nach hinten in die Büsche? Das verstehe ich nicht. Der kann doch einfach den Hügel hoch sein. Ach man, ey. Bele macht das auch so dumm. Er macht grad drei Kills und was will der noch nicht mehr? Einfach ganz hinten rumrennen hätte er können. Ja, ganz ehrlich. Da hätte er ja einfach wohl... Ganz hinten rum. Nö. Also ich... Also wir haben jetzt A probiert, zweite Runde machen wir B. Tobi. Tobi. Yes, Rajpi. Rajpi Suka. Good idea. Was ist das denn? Da war ich ja noch nie. Das ist ja out of nowhere, ey. Ich muss schnell zum Haus. Ich hab nur noch... Einer rechts am gelben Haus. Bei Lila. Möbri hat's verkackt. Was ist das denn hier? Ich bin im Harry Potter Zimmer. Ich lebe unter der Treppe. Ja, fuck. Oben im Haus ist einer drin. Fünf Hitschaktiv. Okay. Ich weiß grad nicht, wo es hoch geht. Ah, ich seh die Treppe. Der oben im Haus ist down, aber noch einer. Der hat grad nen Teammate gekillt. Lett grad nach. Autos. Woh! W-What! Nice shot! Woah! Please! Dein Bruder hat halt das Movement gefressen, ey. Der andere ist an dem roten Haus. Der ist weg. Counter Terrorists win. Das ist das für ein Haus? Das Gästehaus. Boah, ey. Ja, ich muss hier. Obwohl, H zum Reinstorm. Ich weiß nicht. Ich hab ne Scout. Was hier einer will. B noch mal B. B. Wo war ich noch nicht weg? Wir waren schon hier. In diesen schönen Countries. Komm, 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 komm. Was? Ne, ich geh hier zu. Die pushen, die pushen. Die pushen? Dann push ich auch. Alle? Die pushen, hallo, ich brauche Hilfe. Ja, da sind doch drei Leute bei dir. Mann, oben in dem Minifenster. Hab ich, hab ich, hab ich. Yes. Ah, vier Hits. Musst du den anderen sagen, Stefan. Oh Gott. Oh Mann, das ist ja wohl so. Oh Gott. Oh Mann. Geh die Geisel retten, Micha. No, 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 no. Doch, da links. Der ist auch noch da. Noch einer. Guck doch auf die Map. Links. Jetzt geht er doch die Geisel rein. Ey, gleiche wo die sind. Anro, wo die Rache spielen. Rache spielen. Michael ist immer noch im Haus. Wo ist die Geisel? Also irgendwie da. Was macht der andere? Was ist das für ein Duell? Der hat die Runde in der Zeit gewonnen. Sehr gut. Ist das bescheuert. Du Fensterputz. Diese Kack-Map, ey. Ist richtig geil. Oh, okay. Ich nimm nochmal B. Ähm. Oder C. Ist C der von der Hostage-Zone? Egal, wir gehen mit dem Heli. Ich geh mal D. Nehm den Heli. Heli. Ich geh auch D. Nein, Heli! Nein, das ist ja komplette Müll. Na, nee. Das ist gar nicht schlecht, dass einer D immer geht, weil D ist die Geisel-Zone, wo die hin müssen, sonst können die da immer reinkommen. Ja, stimmt. Eigentlich. Von hier kannst du halt richtig schön upaimen. Erstmal. Pass aufs kleine Fenster auf oben, Stefan. Ganz oben im Haus. Da steht gerade einer. Ich kann sie. Hä? Ah, ja, ja. Ich seh trotzdem nichts. Und pass auf rechts auf, vielleicht kommen die jetzt auch von rechts schon. Da ist doch einer im Haus. Ja, in diesem Mini-Fenster wieder. Echt? Ja. Ja, ja. Der ist da ohne Mini-Fenster, wenn es nur einer war. Ich hab ein Fenster für dich aufgemacht. Noch eins. Okay, noch mehr Fenster auf. Oh, ich bin nochmal eingesprungen. Das ist nicht auf. Äh, was? Kann ich da drüber springen? Ich fahr das auf. Wahrscheinlich geh ich jetzt drauf, weil ich irgendwo sitze, in irgendeinem Busch. Oh, was ist das? Man kann nicht durch den Busch laufen, oder was? Ne, durch den nicht. Da ist ein Stachel. Oh. Was ist das Boot? Ich will das Boot. Ne, das Boot find ich nicht gut. Da bist du direkt bei den Gegnern. Ja, genau. Das will ich. Ich will doch Action. Ja, nein. Ich find das abheben viel schöner. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ja, da musst du einen Randomizer. Kannst auf Reddit ganz viele Punkte bestimmt jetzt sammeln, wenn du so einen einfachen ABCD-Würfel erstellst. Für die Map. Äh, 1SD gepusht. Boah, sehe ich nicht. Pass mal von hinten an auf. Der ist aber irgendwo da in den Gebüschen. Oh. 1-up, 1-up. Bewegt sich nicht. Yes. Lift. Nice. Gut defuse. Gut defuse. Gut defuse. Warte. Einer ist schon bei uns an der Base, Stefan. Ja, da geh ich jetzt hin. Warte noch ein bisschen, vielleicht kommt noch einer von rechts. Stefan macht auch eine Gans abgefangen. Scheiße da, ey. Nice. Warte halt auch nicht. Ja, du machst ja nichts. Ja, ich wollte gucken, ob von hinten noch einer... Du sagst, der ist mitten in der Boden. Der ist mitten in der Boden, der ist mitten in der Boden. Ja, der ist... Der ist mitten in der Boden. Ich dachte, von rechts kommt halt noch einer. Da dachte ich... Ja, was ist denn recht? Ja, bei mir da... Ja, bei mir halt. Ich dachte, einer sitzt halt im Haus bei der Geisel, im Geiselhaus. Der kommt dann mal zur Zone gewachsen. Ja, aber da meinst du doch, ich soll pushen, pushen, pushen. Immer pushen. Ja. Es war ja schon einer in der Base, den hätte ich halt von der anderen Seite noch... Eigentlich könnte man auf der ganzen Map sehen, wo wir reingehen. Also, dass die das einfach einblenden, im Game, wenn du auf die Map gehst, dass da einfach die Buchstaben stehen. Ja. Action am Hügel. Am Hügel. Wow. Einer ist am Baum, am Baum, am Baum. Der Großen, dem Großen. Der Buche. Hier gibt's Birch. Einer ist an dem braunen Baum. Brauner Baum. Oak. Links. Brauner Baum, links. Am Van. Scheiße, at the Van. Ja, aber der macht mich weg. Mann, ich seh nichts. Scheiß Kopf. Der geht wieder den offenen Weg, ey. Ich raff es nicht. Ja. You are not faster with the knife. Lol. Der hat halt so krass wall-hack, Mann. Ne. Ich glaub schon. Wäre er nicht so dumm in den reingerannt. You can never know. Also, den ersten hab ich überhaupt nicht gesehen. Der hat alles auf dich geschossen. Aber vielleicht hat der einen Knaben gesehen. Ich weiß nicht. Oder auf dem Knaben. Keine Ahnung. Maybe. Maybe. We are gonna go. Kommen wir. Rennen wir. Rennen wir. Go, 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 go. B, B, B. Der schießt, aber der wird leider alles. Der muss einfach im Kreis laufen. Sondern der schießt. Ne, ne. Ich will einen Spot richtig gut kennenlernen. Das ist wichtig. Da pusht irgendwo einer, glaub ich. Vorne am Van vielleicht. Aber in Fragezeichen. Ne Möwe, ne Möwe. Was für Schämen und Schatten. Oh, die haben wie nur aufgemacht. Der sieht frei aus. Ja, einer ist im Vorhaus da. Einer in der Base. Machen wir gleich noch eins. Fuck. Einer ist draußen auf dem Balkon. Ist wieder rein. Ähm. Ich glaub, der in diesem kleinen Haus ist immer noch da drin. Ja, der ist immer noch da drin. Der hat sich noch ganz deckt. Jetzt ist er da drin. Vielleicht. In der Base. Lol. Ja, dann ist der letzte in der Base. Oder? Wer wurde nicht abgeschossen? Ja. Weg da! Oh Gott. Warte, 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 warte. 20 ist rum. Geh mal mit der Hot-Sit ganz nach links. 20 ist rum. Geh mal mit der Hot-Sit ganz nach links, Stefan. Mann. Oder dann geh ich halt ganz nach links. Kann ich die Kümmer auch machen? Nee, ich geh jetzt noch ganz nach links. Okay, du gehst links. Gut. Wir haben ja noch eine Minute Zeit. Lauf mal ganz drumherum. Der kann uns ja nicht beide holen. Na schon. Was? Na schon. Nee, 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 nee. Warte, du musst gucken, wo ich bin. Ja, ich muss ja gleichzeitig. Ja, genau. Gleichzeitig von anders, ne? Kann ich hier hoch noch? Ja, genau. Der Arme, der guckt sich jetzt links und rechts die ganze Zeit um. Warte, 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 warte noch, warte. Okay, ist ungefähr selbe Höhe. Musst du erst wieder ein Stück laufen, glaube ich, dass wir ungefähr... Drei Sekunden noch. Time, time. Guck auf die Map, hörst du den Siehst. Ich seh das. Ich kann den Heli schon hören. Ich, ich hab keine Ahnung. Du musst weiter links. Nein. Kannst du da durchgehen? Ach, doll. Ja, ja, okay. Das ist los. 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 Ich dachte, das wäre eine Absperrung. Ne, das ist diese komische Markierung auf dem Boden. Ach so, ja, auf dem Boden. Ich hab's gesehen. Ja, auf den anderen Maps ist das doch immer auf dem Boden markiert. Welches ist der? Guck mal, guck mal, guck mal. Anstatt, dass er es abschreitet. So bad, guys. Ne, ich glaub schon, dass einer von denen anhört drauf, die uns da in der Scheune geerhittet haben. Das war sehr merkwürdig. Junge, Alter. Ich hab T gespielt. Ich hab so schnell keinen gespottet wie der die ganze Zeit. Was macht, was macht der da? Warum steht er noch am Spawn? Weil er einen sieht. Einer ist irgendwo in der Scheune. Alter. Alter. Alter, jetzt wird sich einer da. Scheune ist einer down. Ja, guck dir das an, Fabian. Ah. Noch einer Scheune. Ja, sollen wir da alle ständig mal ein Boot pushen? Boah pushen. Wo ist das? Wir sind so ein Boot und dann halt reinpushen. Da kann ich nicht scheuen. Wir werden uns ja eh alle wegfeuern irgendwo. Ja, der kippt dir halt durch die Wand. Du kannst ja immer die Hostage holen. Wenn der nicht will, dass du die Hostage holst, kippt er die halt jetzt schon durch die Wand. Noch einer da. Ah, sie sind down. Beide down. Einer ist noch in der Scheune drin. Down. Down. Das macht die Geisel. Hostage, go safe. In die Ecke. Yes, I go safe. Should we try? Can I save too? Maybe I can go back? Ihr müsst euch um den Michael stellen, damit er ihn nicht abschießen kann. Ah. Der ist wahrscheinlich schon an der Base. Wer soll das denn? Was soll das denn? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wir haben eine Mission. Was hast du gesagt? Wir haben eine Mission. Ich gehe wieder B. Push, push, push. Und dann kann ich wissen nicht, wo du bist. Oh Gott, ich gehe durchs falsche Fenster. Ich fahr einfach mal die Geisel und ziehe die Aufmerksamkeit ein bisschen auf. Der gibt mir durch die Wand. Wo ist der? Der hat Low unten, unten, Treppe. Rennig, komm her, komm her, komm her. Geh da vorne raus, geh da vorne raus, geh da vorne raus. Nein, da war der doch, da rechts oben. Ich kann gleich E. Wieder ein van mit der Geisel. Maaah. Es liegt's an dir, Micha. Scheiße. Ach, ist doch nicht an dir. Der Hitterziehen hat noch auf der Kanal. Das ist ja lächerlich. nein du hast den pass schon gekauft nein hatte ich natürlich warum weil du die neuen nur mit dem mit der mit dem pass im moment krieg glaube ich das wäre neu das stimmt da oder wenn man die kauft exklusiv Case? Ah, keine Ahnung.